Was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren kurzen Guide. Diesmal wieder zusammengeschnitten aus drei kleinen Teilen. Und zwar für The Progniter Device Part 1. Ich werde euch nach der Reihe jetzt die Clips abspielen, wo man die Markierungen findet. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, das hilft auch weiter. Und viel Spaß mit den Clips. Ah! Ach, hier. Ah, da ist es. Okay. Das heißt, im Stormpillar, in der unteren Etage und... Oh. Da so lange im Kreis rennen, bis man das Teil findet einfach. Das wäre der erste Teil. Perfekt, perfekt. Das heißt, hier vom Korolev Core Outpost raus, das hier sind dann die Canyons. Und hier drüben ist die Markierung auf diesem Ding. Nochmal hier kurz auf der Map. Und dann hat man den Teil schon wieder erledigt. Sehr schön. So, und jetzt gleich der dritte. Am Stormpillar hier bei diesen Kabeln runter. Und dann noch weiter runter hier über diese Felsrampe. Dann bis ganz nach hinten durch. Und einmal links rum. Bam! Hier an der Wand. Erledigt. Moin Meister. So, das war es dann auch schon wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und man sieht sich im nächsten Video. Haut rein. Tschüss, ciao und servus. Tüttelü. Ciao. Tschüss. Baba. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020